Heute gibt es für euch ein Wunschrezept und zwar Schokoladen-Vanille-Cheesecake. Aber damit es so richtig cool wird, mache ich es im Zebra-Look. Bevor wir mit der künstlerischen Zebra-Füllung beginnen, brauchen wir erstmal einen Boden. Und dafür brauchen wir Butter. Die kommt in die Küchenmaschine. Wichtig ist, dass die Butter Zimmertemperatur hat, also schön weich ist. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, könnt ihr es natürlich auch mit dem Handrührer machen. Aber so ist es voll geil, weil dann kann man in der Zeit was anderes machen. Zu der Butter kommt Zucker. Und das Ganze wird jetzt richtig cremig aufgeschlagen. Während das vor sich hinschlägt, können wir uns schon mal um die trockenen Bodenzutaten kümmern. Aber der Krach muss wieder an. Schüssel, da habe ich eine neue. Ist die nicht schön? Das Verrückte ist ja, man könnte denken, ich müsste tausende von Schüsseln haben, weil ich ja ständig neue kaufe. Aber irgendwie verschwinden die. So wie Socken, Haargummis, Haarspangen. Komisch, oder? Naja, auf jeden Fall kommt in diese Schüssel jetzt Mehl. Dann ein bisschen Backpulver. Eine Prise Salz, ganz wichtig, wie immer bei süßen Sachen. Ein bisschen Zimt. Einfach, weil ich es gern habe. Und, da ich einen Schokoboden machen möchte, Kakaopulver. So, einmal durchrühren. Wie gefällt euch eigentlich mein neuer Pilotenfummel? Ich finde, ich könnte sofort auf so einem kleinen Flugplatz anfangen, rumschrauben, irgendwas rausschieben, Propeller anmachen. Ich glaube, mein Papa und mein Opa sehen das von oben und finden es auch richtig cool. Ich gehe mal zurück zum Teig und gebe mein Eigelb dazu an. Schwupp. Wenn das richtig schön und dick aufgeschlagen ist, dann kommt ein Teil von unserem trockenen Gemisch drunter. Aber jetzt nicht mehr so doll rühren. Wir wollen das Gluten im Mehl lassen und nicht zu einem zähen Teig verarbeiten. Und der Rest wird mit den Fingern erledigt. Juhu. Röstlicher Mehlteig hier rein. Und jetzt so ein bisschen verkneten. Und auch das soll eher so krümelig sein. Wir drücken es gleich in der Form noch fest. Boah, es duftet schon voll nach Kakao, ein bisschen nach Zimt. Uh, richtig Bock. Ich bereite mal kurz eine Springformform und vorher koste ich. So, die Springform. Damit es hübsch ist, schneide ich noch das Backpapier ab. Und nun wird der Boden reingedrückt. Wenn ihr super faul seid, könnt ihr natürlich auch einen Keksboden machen. Das heißt, Schokocookies im Zerkleinerer mixen, dann mit Butter vermengen und quasi dann kurz im Ofen backen. Ich habe sowas zum Beispiel gemacht bei meinem Pumpkin-Cheesecake. Den verlinke ich euch jetzt hier oben mal. So ein selbstgemachter Boden schmeckt fast noch ein bisschen besser. Und deswegen habe ich mich bei diesem Kuchen, der ja so künstlerisch wird, mal dafür entschieden, das Ganze selber zusammenzuhören. Ich ziehe jetzt hier so einen kleinen Rand hoch. Und zwar, damit uns die Käsekuchenmasse nachher nicht davonläuft. Seid ihr eigentlich beim Kuchen so die Randtypen oder esst ihr lieber das in der Mitte? Ich mag eigentlich am allerliebsten sogar den allerersten Hubs an der Spitze. Ich bin irgendwie nicht so der Teig-Fan. Ich finde Füllungen eigentlich immer cooler. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die gerne Randstücke mögen. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Das ist fertig. Es gibt übrigens so einen kleinen Running-Gag. Und zwar brauche ich für die Füllungen jetzt Speisestärke. Und aus irgendeinem Grund habe ich relativ viel Speisestärke. Ah, hier ist noch eine. Hä? Wie kann es sein, dass ich immer wieder welche kaufe? Diese ist zum Beispiel noch zu. Naja, gut. Welche nehme ich heute? Ähm, diese hier. Wow. Also falls ihr mal Speisestärke braucht, könnt ihr einfach bei mir in Neukölln klingeln und dann holt ihr euch die ab. Bisschen wie meine Großmutter. Die hat kurz vor ihrem Tod immer so Hamsterkäufe gemacht, weil sie glaube ich dachte, ich brauche immer alle Zutaten, um backen zu können. Es gab 50 Mal Kakao, ganz viel Zucker, Mehl. Alles war voller Backzutaten. Eigentlich ganz sweet. Wieder mal eine neue schöne Schüssel. Da rein kommt jetzt jede Menge Frischkäse. Wow. Fölix. Und rein mit dem Rührgerät. Damit sich das Ganze gleich ein bisschen leichter rührt, habe ich hier noch Speisequark. Weil ich finde manchmal, wenn man nur Frischkäse nimmt, wird der Kuchen so ein bisschen fest und noch ein bisschen zu salzig. Deswegen mische ich das gerne. Aber es soll ja trotzdem Cheesecake bleiben. Deswegen auf jeden Fall Frischkäse. Ach und was soll's. Ich kann ja gleich die Eier mit reingeben. Und dann darf auch gleich der Zucker mit rein. Ich habe hier noch selbstgemachten Vanillezucker. Und zwar mache ich das immer so, wenn ich ausgekratzte Vanilleschoten habe, schmeiße ich die, wenn die trocken sind, zusammen mit Zucker in den Mixer. Und dann habe ich so ganz feinen, pudrigen, selbstgemachten Vanillezucker. Kein Vanillin, kein Bullshit. Und jetzt gib ihm. Für die Würze darf natürlich ein bisschen Zitronen- oder Limettenabrieb nicht fehlen. Ich finde mit Schokolade ist irgendwie Limette ein bisschen geiler. Und für die Säure ein kleines bisschen Saft. Und weiter rühren. Für das Zebramuster muss die Masse relativ flüssig sein, deswegen gibt es noch ein kleines Stück Milch dazu. So, weiter rühren. Und für die Bindung noch das Hamsterkauf-Produkt im Hause Theen, die Speisestärke. Und nochmal verrühren. Oha. Nun kommen wir zum spannenden Zebra-Trick. Ich brauche zwei Messbecher. Und zwar teilen wir das beides auf. In die eine Hälfte kommt gleich die Schokomasse. Und in die andere die helle. Diese Hälfte werde ich jetzt einfärben. Und zwar wieder mit Kakaopulver. Ihr könnt natürlich auch Himbeer-Püree nehmen zum Beispiel. Dann hättet ihr einen rosafarbenen Zebra-Cheesecake. Oder Lebensmittelfarbe. In grün-blau oder Einhorn-Farben. Aber natürliche Zutaten sind ja eigentlich immer besser. Ihr könnt natürlich auch die Hälfte des Teiges in der Schüssel lassen. Dann ist das verrühren ein bisschen einfacher. Und dann in den Messbecher geben. Gut, das hätten wir. Jetzt kommen wir zum Magic-Zebra-Moment. Und zwar werden die Massen jetzt abwechselnd in die Mitte geschüttet. Wir fangen mal mit hell an. Jetzt kommt darauf die Schokomasse. Jetzt wieder hell. Man kann jetzt schon so ein bisschen erkennen, wo die Reise hingeht. Guckt mal, wie schön sie jetzt schon aussieht. Okay, einen ganz kleinen Schluck dunklen auf. Und dann ist Schluss. Oder einmal noch hell. Na gut. Ihr dürft es noch einmal kurz bewundern. Damit der Cheesecake jetzt nicht zu dunkel wird, sondern seine vornehme Blässe behält, habe ich den Ofen ganz niedrig gemacht. Und jetzt ist es so, dass ich den Kuchen ganz vorsichtig hineinstelle. Und da drunter, vorsichtig reinschieben, habe ich ein Backblech. Und da schütte ich jetzt Wasser rein, damit der Kuchen so ein bisschen Wasserdampf hat und mehr so pochiert, als gebacken wird. Dann dauert es aber auch ungefähr eine Stunde. Aber dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Und Zauber. Wuhuuu. Er ist dann fertig, wenn er offensichtlich als gemeinsamer Kuchen wabbelt und nicht mehr nur die Mitte. Wenn man ihn zu dollerbacken kann es sein, dass der reißt. Und gerade, wenn man sich mit dem Muster solche Mühe gegeben hat, ist es natürlich schöner, wenn er ganz eben geblieben ist. Jetzt löse ich schon mal den Rand, weil da kann es auch noch sein, dass er einreißt, weil wenn er kalt wird, zieht er sich ja so ein bisschen zusammen. Und dann könnte es sein, dass er dann irgendwie so ein bisschen... Und das wollen wir ja nicht. Ich könnte mir dazu jetzt total gut so eine cremige Vanillesauce vorstellen. In meinem Apfelrosen-Video habe ich mal eine gemacht. Ich verlinke euch das jetzt mal hier oben. Dann könnt ihr die gleich dazu servieren. Das ist immer ein Moment, da bin ich wie beim Fleisch aufschneiden, ob es perfekt rosa ist. Immer ein bisschen aufgeregt. Geht der Randhut ab. Achtung. Ich finde, er ist wirklich wunderschön geworden. Auch wenn er eher aussieht wie so ein psychedelischer Kuchen als wie ein Zebra-Käsekuchen. Egal. Das einzige Problem ist, dass er jetzt ein paar Stunden durchkühlen muss, bevor wir ihn anschneiden können. Aber ich habe ihn schon mal gebacken und kann euch sagen, er sieht nicht nur hübsch aus, er schmeckt auch wahnsinnig gut. Und ich bin mir sicher, dass er eure Kaffeetafel oder vielleicht den Ostertisch auf jeden Fall bereichern wird. Ich sage, auf die Käseliebe, weil es ist ja ein Käsekuchen und bis dann. Tschüss.